Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich wollte eigentlich nur mich aus dem Urlaub zurückmelden. Deswegen wird es hier heute ein ganz kurzes, knackiges Video. Du hast sicher mitbekommen, drei Wochen lang hat es kein Video gegeben und kein Podcast. Damit ist jetzt Schluss. Es geht wieder frisch, fröhlich weiter. Das heißt, diesen Freitag kannst du dich schon wieder auf ein neues Video freuen und heute direkt kommt auch ein neuer Podcast raus. Also hör da auch gerne mal rein auf meinen Podcast Lieben ohne Leiden. Ja, und einige Neuigkeiten wird es geben. Du wirst es erfahren in den nächsten Videos auf meiner Website oder besser noch, du meldest dich bei meinem Newsletter an. Das kannst du auf meiner Website machen. Die Infos, Links zu meiner Website, findest du hier unter dem Video. Das ist vollkommen kostenlos, die Anmeldung. Du bekommst sogar noch ein Hörbuch dazu geschenkt von mir, welches von mir geschrieben und eingesprochen ist. Viele geheime Videos, die es hier offiziell bei YouTube gar nicht gibt. Und ja, viele kostenlose Dinge noch und Informationen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich da anzumelden. Vor allem erfährst du da immer als erstes die Neuigkeiten, die es gibt. Also, ich freue mich. Es geht frischfröhlich weiter diesen Freitag. Freu dich aufs neue Video und ich freue mich auf dich und auf euch. Also, bis ganz bald und liebe Grüße. Ich bin wieder da. Tschüss.